Ich stehe bei einem geselligen Moment mit Freunden zusammen und halte mich an einem Glas fest. Da fragte mich Kevin, der auch zufällig da ist, Wie geht es dir? Erfreut beginne ich zu erzählen, wie es mir geht. Wahrheitsgemäß erzähle von Stress und meiner Unzufriedenheit mit der Hausaufgaben. Bis ich hochgucke und Verständnis in seinen Augen suche für meine bis dahin geschilderten Erlebnisse. Ich schaue auf und blicke in leere Augen. Erkenne Langweile. Nicht verstehen und nicht teilhaben. Irritiert verstumme ich. Lautet die Frage nicht, wie geht es dir? Kevin nutzt meine Atempause und verschwindet in einem Saloppen. Wir sehen uns. Erst viel später, der mit mir die Frage war gestellt, aber nicht gemeint gewesen. Wie könnte ich nur noch so dumm sein? Er... Ich schaue sie mir. Ich schaue sie mir. Ich schaue sie mir. Wie geht es dir? Ich schaue sie mir. Und die сотруд. Wir sehen uns. Ich schaue sie mir. Es ist ein bisschen. Oh, es ist richtig. Herr, ich schaue sie mir. Ich schaue sie mir. Und ihr? Tien好,谢谢, ni, ne? Na ja, so la la. Na ja, so la la. Äh,还 zau合吧. Daran,还有一些逗逼吧. Ch'in-woo-mo-fo. Ist staatsgeheimnis. Frag was anders. Goji Mimi. Wundter,其它的吧? Sag du's mir. Ni告诉我. Kümmert's dich? Quan ninhsasher. Wie geht's dir? Na ni, z'me ya. Lass dir mal eine andere Frage anfallen. Yomyou cho'ai. Sơn dir,其他的 wundter. Ach, weißt du, heute scheint alles schief zu laufen. habe mich ausgesperrt, da kam die U-Beine-Wicht nicht, der Uferregen nervt und jetzt muss ich wohl heute noch zum Überstunden machen. So kommen wir auch nie dazu, mal zum Arzt zu gehen, ist sicher, aber ich meinte nämlich so eine nassende Stelle und da macht man sich ja schon Sorgen, was da noch mal sein könnte. Aber jetzt als gesetzliche Versichter, du bist ja eh nur ein Patient zweiter Klasse und machst ewig auch einen Termin warten. Ach, hör auf, ich will gar nicht erst anfangen, was alles falsch läuft in unserem Gesundheitssystem. Wutten Tag Wutten Tag Wutten Tag Das ist德国人 白天的问候语, 通常呢, ist早上10点以后, 简单的说是 Tag 请大家跟我一起念一下 Wutten Tag Wutten Tag Wutten Morgen Wutten Morgen 这是早上的一个问候语, 通常呢,是早上10点之前, 简单的说是 Morgen 请大家跟我一起念一下 Wutten Morgen Wutten Morgen Wutten Abend Wutten Abend Wutten Abend 这是晚上的问候语, 通常呢,是18到22点之间, 简单的说是 Abend 请大家跟我一起念一下, Wutten Abend Wutten Abend Wutten Nacht Wutten Nacht 晚安 好,睡 通常呢,是作为睡前的一个互相的告别语, 下面请大家跟我一起念一下, Wutten Nacht Wutten Nacht 这是多用于青年人中间, 或者亲友啊,熟人之间, 下面请大家跟我一起念一下, 下面请大家跟我一起念一下, Hallo Hallo Gruß Gott Gruß Gott 或者说 Gruß dich Gruß dich Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Was macht das Geschäft? Was macht das Geschäft? 相当于 Wie geht es mit dem Geschäft? Wie geht es mit dem Geschäft? 声音好吗? 下面请大家跟我一起念一下, Was macht das Geschäft? Was macht das Geschäft? Tschüss 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 或者说 Ciao Servus 这是亲友,熟人之间常用的用语, 在德语的口语里呢, 表示一个告别的用法, 还有 Bis gleich Bis gleich 一会儿见 Bis morgen 明天见 Bis dann 回头见 Bis Montag 星期一见 和 Bis später 以后见 以后见 下面请大家跟我一起念一下 Tschüss 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 Bis gleich Bis gleich Bis morgen Bis morgen Bis morgen Bis dann Bis dann Bis Montag Bis Montag Bis später Bis später Nichts besonders 没什么特别的 平平常常 请大家跟我一起念一下 Nichts besonders Nichts besonders Herzlich willkommen Herzlich willkommen Rhezlich willkommen Rhezlich willkommen Rhezlich欢迎 下面请大家跟我一起念一下 Herzlich willkommen Herzlich willkommen Wir sehen uns wieder Wir sehen uns wieder Wir sehen uns wieder 这里呢 Wiedersehen 是可分动词 Wieder 是可分前缀 在句子呢 中要置于句末 下面请大家跟我一起念一下 Wir sehen uns wieder Wir sehen uns wieder Der in Deutschland allgemein übliche höfliche Gruß an einem belieben Mitmenschen lautet Guten Tag den man den ganzen Tag über aussprechen kann dem Guten Tag kann man sofern man die Person gegenüber kennt ein Guten Tag Herr Müller oder ein Guten Tag Frau Meier hinzufügen Morgens wünscht man auch Guten Morgen Abends wünscht man auch Guten Abend Guten Nacht sagt man eher selten und in der Regel nur dann wenn sich jemand verabschiedet und man dieser Person einen guten Schlaf wünschen möchte 早上呢 就说 Guten Morgen 傍晚 就是 Guten Abend 但是 一般情况下 Guten Nacht 比较少用 除非是 别人睡前 这么一个 告别 Regional gibt es beim grüßen auch Unterschiede 对上的 打招呼 还会有些 些微差别 比如说 im süddeutschen Raum treffen häufig auch auf das Grüß Gott 在德国南部 常用 Grüß Gott Grüß Gott 不是 你好 上帝的意思 而是和 Guten Tag 相对应的 一个打招呼 词 所以 尽管 你不姓 叫 但是 依旧 可以用 Grüß Gott weitere regionale grüße sind zum Beispiel im österreichischen Raum das Servus oder Norddeutschen Raum ein Moin Moin oder Moin Moin bedeutet dabei nicht nur Guten Morgen 在德国北部 一般 有 Moin Moin 值得注意的 是 Moin Moin 不是早上 好的意思 而仍然 和 Guten Tag 是相对应的 in der Schweiz trifft man auch auf das Grüß das Hallo ist eigentlich ein persönlicher Gruß von unter Freunden in Bereichen wo die Kommunikation relativ schnell erfolgen soll etwa bei E-Mails geht das Hallo nicht als unhöflich beim Erstkontakt oder seltenen Kontakten mit dem Geschäftspartner sollte jedoch der aus dem Brief verkehr übliche sehr geehrte Frau Schulze oder sehr geehrte Herr Meier oder sehr geehrte Damen und Herren benutzt werden das Hallo können Sie bei E-Mails auch benutzen wenn Sie nicht wissen wie Sie die Person einreden sollen Beim Verabschieden sagt man Auf Wiedersehen oder wenn es persönlich 要zugeht Bis bald oder Tschüss This we 学习 一些 德语 簡單的 打招呼 寒暄 用语 比如说 Guten Morgen Guten Tag Guten Nacht Bis gleich Bis Morgen Bis dann Bis Montag Bis später 等等 同时 我们也学会了如何回答 wie geht es dir 用 Good Danke und dir 挺好 谢谢 你呢 那 Ja Zola la 等等